So. Herzlich Willkommen! Ich begrüße die Jörg-Skegelung, die großen Segelung Nummer 1. So, dann begrüße ich die Jörg-Skegelung Nummer 2. So, Ulrike. Ulrike mit der Jörg-Skegelung Nummer 2. Von der anderen Weser seid ihr zurückgekommen. Hier ist die Fistik. Die kleinsten Teufelchen. Ich gebe Hilfstedt. Ja, noch ein bisschen schüchtern auf. Das kommt schon. Oder? Ist das Fistik-Verteil jetzt? Nein? Nein, Entschuldigung, das ist das halt. Und? Wo ist die letzte Mannschaft? Haben wir keine mehr? Doch, da sind sie. Nicht die wenigste. Nein, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Jetzt haben wir auch Schiedsrichter. Wir spielen zwar mit dem Futsal-Ball, aber wir haben die größten Schiedsrichter. Zwar junge, aber Schiedsrichter. Was haben Sie das bei ihr? Uhr! Zwar, Zwar. Zwar, Zwar! Zwar, Zwar, Zo falan." We're getting faster, harder, Scooter We're getting faster, harder Ihr seid ja alle voren für den Go You've got the figure, we've got the bass Let's get together, we're jumping all over, all over the world Together Let's get together Stop the war, cause we are on the floor It's never seen before, I made up hardcore Stop the war, cause we are on the floor It's never Yes Yeah 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 FIRE! RAPE! 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 Gada, gada, git, git! Gada, gada, git, git! Get your all jumpin! şey git! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO enough-oWhat's ever-go-to-stood? SC- software-ed? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja 8,000 miles with you I dried your tears up Get up! Rock that up! I need you, I need you, I need you On your show I need you, I need you, I need you On your show I need you, I need you, I need you On your show I need you, I need you, I need you On your show Den sechsten Platz haben unsere Rippa-Freunde aus Eckstaltal belegt. Kommt mal bitte vor, die Eckstaltaler. Den fünften Platz haben unsere kleinen Teufel aus Hillequelt belegt. Super. Den vierten Platz hat Roden 2 belegt. Ja, den dritten Platz, die am Roden 1. So, der zweite Platz, die an den Gastgeber, an die JSG Erzen, Reha Groß-Bergel. Und der erste Platz mit einem Torverhältnis von fünften zu einem Tore geht an die TC Füßberg. Gut, ich bedanke mich, dass das alles so reibungslos geklappt hat, dass alle Mannschaften da waren. Und ich wünsche euch eine schöne Heimfahrt und ich hoffe, dass wir uns im kommenden Jahr wiedersehen. Dankeschön. Richtig, richtig. Die Arme hoch. Kommt. Richtig, richtig.